Sie sind Einzelhändler und planen die Einführung digitaler Geschäftsmodelle? Hierzu hat der Handelsverband NRW das Programm Digital Coach NRW gestartet. Die Digital Coaches NRW schulen, beraten und zeigen darüber hinaus den Weg zu möglichen Fördermitteln auf. Wir beraten Sie gerne zu dem Programm und stellen Ihnen den Kontakt zum Handelsverband NRW her.